servus freunde was geht und zwar was jetzt kommt jungs und mädels das habt ihr nicht erwartet es steht ein dickes announcement an die ps5 wie einige wissen ist schon angeschlossen der pc ist auf dem weg hierhin ich schätze ein paar tage noch nichtsdestotrotz steht was dickes an und zwar ein achtung und jetzt haltet euch fest 250 stunden stream ja ihr habt richtig gehört da müsst ihr erst mal rechnen wie viele tage das überhaupt sind 250 stunden stream am stück natürlich werde ich ab und zu auch schlafen das erklärt sich irgendwie von selbst aber wir werden ab dem 24 beziehungsweise ab donnerstag live sein bis zum ersten neunten und dann noch darüber hinaus denn dann findet ja das große solo custom games turnier statt freitag und samstag das ist der erste und zweite september wie eigentlich alle schon wissen müssten dort streamen wir auch noch den kompletten tag über bis sonntag noch zum dritten das sind dann circa zehneinhalb tage durchgehend live auf twitch unfassbar geisteskrank wir werden von vorne bis hinten alles versuchen zu machen hauptsächlich wird es natürlich vordern geben es könnte glücklicherweise vielleicht sein dass am ende der zeit vielleicht noch schon mein pc ankommt wenn das so sein sollte werden wir direkt auf pc switchen und da könnt ihr euch dann auch was aussuchen was wir machen also wir richten auch ein bisschen nach euch ihr könnt alle online kommen alle in den stream es wird absolut geisteskrank 250 stunden live also sowas habe ich so was habe ich noch nie gemacht es ist mit abstand die längste zeit die ich jemals live sein werde ich habe richtig richtig bock darauf und über morgen über morgen ist ja auch schon die neue season werden wir auch dicken dicken season stream machen kommt alle rein creator code netro gamer für den battle pass es wird einen dicken season stream geben und dann komplett durch streamen die komplette woche richtig richtig geil habe ich richtig richtig bock ihr könnt auch ein paar vorschläge mal entweder in die kommentare oder in den stream selber reinschreiben was wir sehr gerne zocken können also schreibt alles rein ihr seid dabei ja kann mitmachen let's fucking go ich hab bock wir sehen uns live auf twitch let's fucking go man wir sehen uns live auf euch